Sommer, Sonne, Sommertour. Das Motto unserer diesjährigen Sommertour war, nehmen Sie Platz, wir nehmen Stellung. Was mir ganz besonders gefallen hat, ist, dass sich wirklich so viele Bürger für uns interessiert haben, für unsere politische Arbeit, die mit so vielen Anliegen zu uns gekommen sind. Also ich kann für mich behaupten, diese Sommertour war ein voller Erfolg. Ganz besonders hat mir das neue Format gefallen. Wie gesagt, nehmen Sie Platz, wir nehmen Stellung, mit unseren blauen Sesseln waren wir unterwegs, ist auch sehr gut angekommen. Dann aber auch andere Formate wie unsere Bootsfahrt. Also gerade bei der Bootsfahrt, man hat gemerkt, die Leute können jetzt wieder raus, sie können in der Gemeinschaft etwas unternehmen, weil die Regelungen ja auch etwas gelockert wurden. Wir hatten dort Leute aus ganz MV, alle auf einem Boot. Alle waren besonders interessiert daran, dass wir zusammenhalten und auch tatsächlich mit diesem Zusammenhalt etwas bewirken können. Wir saßen alle in einem Boot, haben miteinander gesprochen und um politische Lösungen gerungen. Das hat mir sehr gut gefallen und auch den Bürgern und Teilnehmern hat das sehr gut gefallen. Wir sind wirklich erfolgreich gewesen, waren im ganzen Land, in allen größeren Städten, aber auch in kleinen Gemeinden und haben so einen guten Überblick wieder gewonnen. Mehr noch, als man in den Bürgerbüros den Überblick bekommt, denn zu den Infoständen und unseren Veranstaltungen in dieser Sommertour kamen eben auch ganz viele Nicht-AfD-Wähler, die uns erzählt haben, wo der Schuh drückt. Und diese Einsicht ist wichtig, weil man nur so wirklich Politik für die Bürger machen kann. Da ist zum einen Corona, die Folgen, die Kurzarbeit, die den Leuten gedroht hat, dann der Lockdown, der viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens einfach kaputt gemacht hat. Dann die Tatsache, dass unsere Kinder nicht in die Kitas durften, nicht zur Schule durften, das war oft genug Thema. Zu meinen schönsten Erinnerungen bei dieser Sommertour gehört die Kremserfahrt in der Rostocker Heide. Dort haben wir nicht nur ausgelassen gesungen und zusammen gegessen, sondern wir haben auch lösungsorientiert gearbeitet. Es waren nämlich dort Unternehmer dabei, die zum Beispiel als Zulieferbetrieb für die MV-Werften hier in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten. Und wir haben verschiedene Lösungsstrategien besprochen, denn die AfD ist nicht nur eine Partei, die Probleme aufzeigt. Nein, wir bieten Ihnen und vor allen Dingen auch den Regierenden hier in diesem Landtag, den Sie hinter mir sehen, bieten wir Lösungen an. Man muss nur den Mut haben, diese Lösungsvorschläge der AfD endlich auch mal anzunehmen. Das haben wir alles mitgenommen. Das fließt jetzt sofort wieder in unsere Arbeit hier ein. Da werden wir dranbleiben und auch wieder die Arbeit für unsere Bevölkerung fortsetzen. Also alles in allem ein super positives Fazit. Das macht auch sehr viel Spaß und wir machen das auch einfach weiter so. Unsere blauen Sessel werden jetzt eingepackt, was aber noch lange nicht heißt, dass wir einpacken. Ganz im Gegenteil. Wenden Sie sich an uns, wenden Sie sich an mich. Unsere E-Mail-Adressen finden Sie im Internet, auf unserer Fraktionsseite. Unsere Telefonnummer finden Sie dort. Wir freuen uns weiterhin über Anregungen. Wir bleiben weiter für Sie hart am Ball. Wir lassen uns den Wind nicht aus den Segeln nehmen. Und getreu des Mottos, nehmen Sie Platz, wir in Nebenstellung, sind wir für Sie da.